Herzlich willkommen zu Part 2 von Klonua 2 Und hallo KaiCon iayayayayayayayab Ja weh, ich bin heute wieder mal ne Stunde Von Klonua Hm, vielleicht kommt wieder das legendäre Intro Das wird immer spannend. Ja. Notile aus Applause Wir drücken fortzuhnen und ich will weiter. Ja, ich will weitermachen. Na, wir sind. Ich gehe wieder zurück. Ich bin da stehen geblieben. Behalte dich, Konoha, schnell! Was ist das jetzt? Ein Monster? Die Urina schon wieder? Die Urina? Eine Banditin, sie bringt auf ihre Suche nach Schätzen, Leid und Verderben in die ganze Welt. Die haben Nerven, nennen uns Banditen. Achso, das wurde jemand anders. Lass die Idioten doch reden, was sie wollen. Das müssen wir buchstabieren. Ne, buchstabiere ich jetzt nicht, aber... Sie ist Leorina, die Piraten der Lüfte, und ich bin Tart, ihr süße Begleiterin. Vergesst das nicht, damit du es genau wirst. Wow, du bist also der Traumreisende, verstehe. Du bist nur von geringer Bedeutung, aber ich werde euch nun um diesen Ring erleichtern. Ja, Tart, den Ring? Den Ring werdet ihr niemals bekommen. Ich hatte schon mit so etwas gerechnet. Lüte! Schnapp sie dir! Wow, was ist er jetzt? Begib dich hinter, folge, garan und wirf Gegner auf den glühenden Teil des Schwanzes. Spring, um seine drei Klauen auszuweichen, aber pass auf, wenn er angreift, wird er sich... Okay, das ist ein Boss. Okay, das ist ein Boss-Level. Hä? Okay, muss ein bisschen hören. Ach, Mann. Der macht ja gar nichts. Die alten Guni, ja, die muss hinten nur da. Oha. Wieso dreht er sich so schnell? Echt, Mann. Er hat mich zerstört. Wird er wieder da? Hey. Okay. Hallo, Maltel. Gott, ich brauche Moose. Ja. Ja, ich bin Profi. Und wir sind los. Gut. Und... Nee, hab's verpasst. Hab ich jetzt gewonnen? Ja! Ja! Hier, Pit, 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 Pit. Hup! Was ist das? Vision beendet. Hä? Hm. Mit lauter deinem Namen. Weg mit dir, Volga, ran. Ja. Du, Noah. Ah, du bist ziemlich cool. Gott, Noah. Ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an dich. Jetzt gehen die einfach. Beratende Lüfte. Leurina. Sau doof. Das ist also die Glocke der Stille. Von Noah, nutze deine Macht. Dann war drauf schießen, stimmt's? B. Ja. Das ist, das ist die, die Kraft der Glocke. Nein, er ist abgekürzt, aber Element. Es ist hübsch. Hilf mir. Uha. Was? Hilf mir. Hilf mir. Wer spricht da? Ja, nur ich füge. Wo bist du? Noah? Hu. Du bist in etwa hier? Du bist in etwa hier? B. Du bist in etwa hier? Ja. Du bist in etwa hier. Aber das auch sie den Ring suchen würde. Wollen sie vielleicht ebenfalls die Welt retten? Verstehe. Sieht nachher ein Wettstart aus. Das ist doch nicht, was sie wollen, du soll. Der Ring des Traumreisenden ist immer noch heilig und sagt, dass es ohne Priester nicht funktioniert. Dann genügt es nicht, einfach zu dem Ring zu stehen. Und dann bin ich aber erleichtert. Wow, das ist doof. Wie denn auch sei, ihr müsst alle Glocken füllen. Ich würde da aber auch anführen. Und dann, auf zur nächsten Glocke. Du kommst genau richtig zur Öffnung von Juli... Juli-Land. So ein Juli-Land. Zuerst von was? Juli-Land. Das ganze Reihe ist wie ein riesiger Vergnügungspark. Oh, ich mag Vergnügungspark. Großartiges Timing. Los doch, los doch. Das ging dort nicht zu unserem Vergnügen hin. Und auf zu Juli-Lands Glocke. Und los geht's. Ja, Fritz, wir gehen zum Europa-Park. Das ist dann jedenfalls der Park. Yeah. Yeah. Wir sehen, wir gucken jetzt. oh nein das ist der verdammte dieb ich sollte hey ich mag diesen tat nicht gerade mal wer sie ersetzt hat und holt es euch wenn ihr könnt die sind doof ich werde wahnsinnig ich bin schon aber sicher aber hinter wem ist mir egal verfolge nicht einen wieso musst du das speichern hä ich hab nix gemacht oh oh triff schalte mit einer windkugel oder einem gegner um sie umzulegen das ist okay die kerzen hier war sehr wichtig ja das ist es ich kann nicht das ding ja ich will das freischalten ja glücksspiel ja herzlich willkommen ich ich bin hier oben ja dunkel wow voll gemein ach du nur mein liebster tat warte warte ich würde sie schon kriegen auch wirklich ich kann es nur erwarten kann es nur erwarten ist das nicht etwas zu hoch selbst für dich schluck schluck erklär dir einen nützlichen Trick gib mir Tipps wirst du denn kitun da drüben kitun? meinst du den da? mit seiner Hilfe kannst du fliegen helf er sollte mit dem bösewicht Tipps geben schluck ihn dir und springe einfach weiter mach es richtig und du kommst dann locker hoch na gut kitun narko er verstehe nach einer weile narko hey warum sagst du mir das alles hm warum nicht dir narko sagen wir einfach weil ich dich mag ein bisschen wenigstens irr mag mich ja ganze was soll das heißen mal sag ich mir auch tu was in deiner Kraft steht ey warte die ganze ist gullisch oh Gott, ich hab's nicht gelesen Okay, mehr was Spam. Wie hier. Jedes Mal, wenn du einem Gegner in einem Schwung schiff wirst, springt es höher und höher. Okay. Was gibt es hier drüben? Okay, jetzt. Was geht denn hier ab? Ich habe die Show geplatzt. Hallo, guten Tag. Oh Gott. Ich komme mir da gar nicht hoch. Ich meine, ich kriege wieder. Ich muss wieder das anschubsen. Ja, muh. Ja. Boah, als ob ich das aber wusste. Ich muss es im Moe sogar mitnehmen. Ja, Profi bin ich. Das ist ja wieder eine Show. Hallo, hallo. Ich bin auch da. Wo muss ich jetzt hin? Hier runter. Hä? Hab ich irgendwas übersehen? Ja. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Habe ich irgendwas übersehen? Hä? Wo muss ich denn hin? Nee, das ist... Hä? Hä? Wo muss ich hin? Du. Hä? Ich bin verwehrt, Hilfe. Ja, geht's da ja nur links bei den Winde... Ich probiere es mal wieder. Ich weiß nicht, wenn ich hier runter springe. Okay, das hätte ich nicht sollen. Hä? 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 Oh Gott. Hallo, Elev. Es ist zwar schon am Nachmittag, aber auch dir guten Morgen. So, wie soll ich es hoch schaffen? Ganz schön, erstmal gestorben. Jawohl. Wir sind doch hier rüber. Aber... Aber... Wie soll ich es hoch schaffen? Ich denke, du musst es ja sowieso, aber ich schaffe es ja hoch. Hä? Achso, jetzt weiß ich. Ich weiß, 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 oder? Ja. Okay, ja, 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 ja. Du musst es schlau. Schnapp dir an ihr Timo-Flick hoch hinaus. Achte vor dem Start auf den Positionen. Okay. Hä? Gott. Gut. Ja, ja. Wir Strategie streichen. Strategie sicher probieren. Ja, ja. Welch ein Eis? Ein Ballon. Ich darf kein Eis. Oh, das ist wieder die Katze. Wow. Wow. Das ist genug. Ich habe das nächste. Was ist da? Willkommen schräg nebenbei. Das ist der Geist. Oh. Viel Spaß und erfreut euch an... Oh Gott. Dein seltsam vorbein Abenteuer. Man hat aber Jumpscare. Who ist der Geist. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey! Nein! Gott! Wie ist der Geist? Hast du Angst vor Geistern? Ich habe überhaupt nichts Angst. Ich habe keine Angst. Los, lasst uns gehen. Ich habe nichts Angst. Ich habe nichts Angst. Ich habe nichts Angst. Zeit schalten sich nach einiger Zeit wieder aus. Behalte dich und leg sie alle um. Okay. Rennen, rennen, rennen. Das ist das, oder? Warte, warte, warte. Ich schaffe das Ding nicht. Was ist das für ein Mo? Also wird es für eine Frau. Ich habe eine Frau. Warte, warte. Ich habe eine Frau. Warte, warte, warte. Ich habe eine Frau. Nein, oh man, ich habe sie verkackt. So, zuerst machen wir das da oben. Okay, seid ihr bereit? Zuerst das oben. Das, das. Okay, ja, 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 ja. Oh man, du hast Mut, ich nehme jetzt mit. Da. Oh Gott. Ich brauche einen Mu. Das ist ein großer Mu. Oh Gott. Kann der auch einen großen Mu nehmen? Nein, das kann... Oh Gott. Oh, einfach, weil der nicht... Ah, der ist dem... Geht jetzt auch irgendwann mal durch. Bin nicht wie sie, wie Barry the Bunny. Ach man. Oh man, man, man. Gott. Geht so. Wie sollte hier sein? U sym Caiu, nicht wie sie. Ach man. consumo Ja, 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 ok, schlau. Nenn mich klug nur der Schlau. Das ist erstmal viel zu schnell, ja, ja, das musst du ja wissen, wie es geht. Oh Gott. Ich will das Sternen sammeln. Hey Brahiwa! Ich hab ja auf den Sternen gesammelt. Ihr furchtes und türichten Seelen. Aus eurer Reise wurde eine Fahrt in die Unterwelt, und zwar ohne Rückfahrschein. Waaah. Kreischt? Waaah, jetzt hat Lübelangst. Nein! Meine Güte, es hat aber vor allem Angst. Wartet, hier stimmt was nicht. Das ist noch eine Katze, da kommen sie. Ah, ok, ok, ich muss den. Als ob ich den schon getötet habe, denn die spannen. Verdammt. Hier schon wieder. Ja, du dufe Katze. Nein, komm hierher. Das wär schon, ja, ja. Wie geil wäre das in 3D. Ist doch 3D. Ok, wieso komm ich da drüber? Das ist doch eine Achterbahn. Das ist doch eine Achterbahn. Aber die muss ich mir achten. Ok. Du bleibst das ein paar Mal. Oh nein. Ich bin wirklich gar nicht da drüber. Wieso kam ich gerade auf superNaBE? Dort kot ist, geht ihr über sie? Him, him laut. CHANBN-HIN HEH! Jetzt kannst du nicht mehr kommen. Was soll die Uhr? Hallo, Blue. Ja, wie gesagt, ja schon. Ach, ich weiß, ich bin nicht einfach unwiderstehend. Ich will mal sehen, ob ihr mich auch fangen könnt. Ich komm jetzt hierher. Was ist denn? Was ist denn so? Mann, komm jetzt. Ey, Mann. Ich hab's nicht. Da, ich hab dich. Wir haben dich. Diesmal kommst du nicht. Besser gibst du uns das Element zurück. Du bist das Wormerpon. Ja. Wir nehmen die anderen weg. Oh, Entschuldigung. Was machst du denn da, du Idiot? Das ist jetzt wütend. Das ist ein Pact. Ihr habt die falsche, ihr wisst. Ich hab das Element gar nicht. Ja, sorry, Blue. Bis bald. wir gehen. Mir war's. Ich bin so crazy. Ich hab' dich in die anderen weg. Ich hab' mir sooviden. Oh, mein Gott! Ich bin so sauer, dass ich... Popo ist totzig. Sie haben natürlich in die Dschungelrutsche. Wauw, Katze. Vision beendet. Die neue Vision gespielt. Spielen abgeschlossen. Wo ist diese Rutsche? Auf der anderen Seite. Wo auch sonst? Wow, das ist ja unglaublich. Das ist Jolans berühmter Dschungelrutsche. Popka. Das geht's ja beim Bord gemietet. Ich mag die Karte nicht. Man kann damit überall hin, wo er seine Oberfläche zum Rutschen gibt. Ich weiß, ich kann gar nicht schwimmen. Man kann damit auch die Karte nicht erlauben. Wauw, Katze! Wauw, Katze! Wauw, Katze! Wauw, Katze! Wauw, Katze! Ich hab's gemacht. Wauw, Katze! Wauw, Katze! in die Econoblick gut, tun das so ein paar zu bisschen learning ok was ist denn da? irgendwie kann ich den ausreichen wow ich kann den gar nicht ausweichen nee, okay, ich weiß wie man stoppt ui oh Gott boah und die kommen nie wieder , oh und die kommen nie wieder Das ist aber eine Pfannenrüstel. Ich habe das Ding verpasst! Egal, ich bin Profi. Ich brauche keine Uhr. Wo ist der Professor? Man sagt nicht auch, wenn wir spielen, dann war ich auch dabei. Ja, Gold geholt im Surfen. Zwar kann ich schwimmen, aber Gold geht immer. Die Kacktien sind auch gut. Gut. Ich will. Ja, das Ding ist ja fast. Ich glaube, es gibt mir ein paar. Oh, du kannst wohl nie genug kriegen. Nee, du gehörst kurz. Mit dem mögen kein Besten-Gemuldigungs, weißt du? Aber, na und? Er ist vielleicht etwas aufregend, das macht gar nichts. Ich hab ihn sehr gern. Hä? Hä? Wir können ja nicht einfach rumstehen, dann kommt er uns. Ach ja, richtig. Jetzt ist er weg. So ist er. So will Katze, komm hier. Verhört hat uns jetzt seine Windkubel, dann muss er uns jetzt fangen. Okay, okay. Komm hier, Katze. Pss, pss, pss. Nee, die Spalien auf Kinoa nicht. Ere, Verwollung. Gott. Nee, komm nicht. Katze. Körze. Komm, nein, nein, nein. Ich bin zu langsam. Hä? Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Es geht wieder von Neujahrern. Die Katze ist auch weggewiesen, es geht wieder von Neujahrern. Oh Mann. Gott. Komm her, mit der Katze. Mit. Pss, pss. Katze cheated. Die Einzige war die Katze hier. Wow. Gleich ist er wieder zu Ende. Oh Gott. Hey. Ich nehme mich wieder die komische Abkürzung. Komm jetzt, komm jetzt. Ich nehme mich wieder die Abkürzung. Och Mann. Hey, ich weiß nicht, wie schnell das sein soll. Und da. Katze, 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 Katze. Das ist genau, das ist genau, das ist genau, das ist genau. Das ist genau, das ist genau. Ich habe mich angefangen. Gott. Ja, habe ich, habe ich gehabt. Diesmal wird die richtige. Das war sie. Das ging dir so passiert. Das Element geht uns. Oh Mist, ich habe vielleicht versagt. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich verfolge jede Katze auf dem Skateboard. Das werdet ihr schon sehen. Hey, was war das? Für mich nach der zentralen Plaza. Wie bitte? Seit sollt ihr dorthin gehen? Schon bald. Bis dann. Ich sehe euch später. Wow. Die Mietze ist doof. Ich bin ja nachgeschlossen. Der Blumenclown sieht genauso aus wie der Blumen. Der Blumenclown sieht aus wie der Blumenclown. Der Blumenclown sieht aus wie der Blumenclown. Der Blumenclown sieht aus wie der Blumenclown. Nein, nicht deine Mietze. Ich meine die Blumenclown von hier. Wow. Wirf Gegner auf der falschen Lepitho, um den Echt mit einem Steinwebel zu beleuchten. Wirf einen Gegner auf Lepitho, um ihn wegzuholen, zieht erneut... Okay, probier's. Wow, war ich ein Clown? Du bist immer ein Clown. Und wer ist jetzt der Echte? Der Mousse. Der Mousse. Was muss ich denn machen? Gott. Was ist denn los? Der Absurd in den Richtigen... Der Absurd in den Richtigen gekillt. Was ist denn der jetzt an? Gott. Der Absurd in den Richtigen. Noo, was ist jetzt mit dem los? Gott. 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 Komm jetzt. Ja ja je 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 je. Also nicht hier. Ja, aber ich muss eben reinschießen. Mann. Gott. Ja, 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 ja. Gott, muu. Let's lose. Gott. Hey, hey, hey. Man, ja, verfehlt. Ja. Ja. Vision beendet. Das ist so gut. Ja. 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 Dann Wieso Kreatur und Dank, Dank Tat hab ich genug Emotivation über dem Ring. Herzlichen Dank, die doof Katze. Alter, das Element der Souvenir. Bis wir uns wiedersehen. Bis dann für Tat Katze. Was für Informationen. Ich ziehe also hier rauf. Das ist noch zwei. Das spiele ich sehr toll, Dustin. Wenn nicht so früh, wenn es du diesmal genau im Auge behalten. Kopf, kein Auge mehr. Mach dir keine Sorge. Ich will das jetzt ruhig in mir. Wow. Ähm. Moment, Haus. Heigeschaltet. Was kann ich da machen? Willkommen, Willkommen. Ich bin noch mein Freund. Ich habe viel über deine Heldentaten gehört. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin Mohamed, der Showmaster der Erinnerung. Ich freue alle Akkationen aus ihnen zum Vergnügen aller. Alter. Wie wärs, möchtest du eine ausprobieren? Ja. Und das erinnere mich. Bist du auf deinen Abenteuer auf irgendwelche Puppen gestoßen? Bin ich. Ich habe Erinnerungspuppen gemacht, weißt du. Ist das ein Kamel? Ja. Aber die sind alle schreiend weggerannt. Wir wollen mehr Erinnerungen. Ich nehme an, sie erleben jetzt ihr eigene Argeteuer. Sie sind aber nicht besonders widerstandfähig. Ich hoffe, sie liegen nicht irgendwo kaputt herum. Findest du sie? Ich bitte Jaja zurückbringen, wenn du sie finden solltest. Äh, ich hoffs. Was ist jetzt? Was ist das hier? Ich habe dir was, ich will nicht mehr. Woche kommt, wer? Wab. Be mixture? Was soll ich jetzt jetzt hin? Also nur zurück zum Mittel. Barina wollte dazu die Informationen des Rings. Ja, ja, wollte sie. Was hat sie wohl mit den Informationen vor, Meister Babuchi? Ja... Aha. Halloloo. Das bist du. Es scheint, dass ein das Kriegerische Königreich folgt, der bei irgendeiner Rolle spielt. Was du nicht sagst, Profit. Ein Kriegerisches Königreich, eine Not, an dem das Kampf niemals endet. Leute dort lieben für euren Kampf. Komm mal bei den Unruhen unbemärkt hinein. Unterjerdisch, das ist der Weg. Urg dem unterjerdischen Fahrzeuglocke. Ich kann fragen unter der Erde. Ja, Popka. Was für die richtige Spuronen, nicht wahr? Lasst uns gehen. Wie soll ich eine Katze bitten? Namco hat denn offiziell bestätigt, dass es eine Katze ist. Urlaub? Die ist auch eine Urlaub. Das war nicht all zu schwer. Und das? Wir haben uns die Glocke der Zwietracht, ja? Oh, warte eine Sekunde! Sieh, du, Tantilda! Liorina? Bombenenergie! Waaat! Danke, danke schön, Zablu! Waaah! Schön, ihre gelesting psychic- Publikum. Dankeschön. Tantilla! Nur Tantilla porque no mundo font. Dennoch! Gern in den Kinca! Menno거! DerUTto! gonnal lasse man den P contents Danke syk哪裡io? Hoaattrilo! Tantilla! Achtung! Bei den Kontiotta meine ich zugegang. Wie versuch ich da den Ring? Ich denke, du sollst dich nicht mehr giften, waaah. Eine Kopie des Rings? Psst. Okay, dann los. Was müssen wir so tun, während sie kämpfen? Warte. Warte, die Reaktoren würden explodieren. Es macht keinen Sinn, sie Frontal anzugreifen. Wir sind zur Quelle des Problems. Und sie sagte, dass kein Reaktoren schon auf volle Leistung läuft, aber Tat ging los. In Ordnung, dann fangen wir damit an. Um was? Aber um. Spällchen abgeschlossen. Ja, ja. Völk City, was ist das andere? Und fertig. Ah, das ist das erste. Was ist das? Und nicht mehr aussprennen lassen. Der Urblock. Ich habe aber nur A gedrückt. Völk City, hier, hier. Was ist das denn, Tivy? Wow. Tivy Coins. Geh mir mit deinem Gegner hin. Okay, okay. Da oben ist eine Maus. Sieht ihr die Maus? Oh, die Maus ist da oben cute. Maus, maus, psst, psst, psst. Was? Muss da nicht tönen. Oh, die hat jetzt die Maus weggerannt. Hm. Diese Coins, Alter. Es tut mir leid. Tibistrim ist doof. Da oben kommt. Es tut mir leid. Ah, das muss mir jetzt hin. Oh, da muss man so ein kleines Manikin. Ja, die Maus ist präät, das wärs. Da sind die Möse! Oh Gott, bin alle weggerannt. Wusch, wusch. Da ist das Loch. Nein, hab's doch gemasselt. Warte. So, das, ach so. Hier, hier. Es brennt ein... Nein, wir gestorben! Äh. Ich bin verbrannt. Ich glaub, der soll einen Katzen braten, Alter. Auaua! Sie geht jetzt wieder hoch? Ja, muss wieder hoch. Was passiert, wenn ich links gehe? Ne, ich bin immer rechts. Was ist denn da da durch? Da ist ein Ding, der schläft. Guck, wie süß, der schläft, der fack! Dankeschön! Ending, go sleeve, 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 go sleeve. Oh, hallo, Mo. Oh, Mo ist weg. Hallo. Mo, was ist mit dem? Oh Gott! Ja, ich hab ne Bombe! Was ist das jetzt? Oha, hu! Hier. Das ist aber Schellschock. Oh Gott. Die Stadt wird explodiert. Oh mein Gott. Die Stadt wird explodiert. Oh mein Gott. Da ist mit den Sounds los. Ach, das ist doof, das denn. Und wenn das Level vorbei ist, meine Werbung. Juhu. Ja, werben. Gott, der ist ja riesig. Mit also so'n Polychausier hier. Damit ich hier nicht mehr auf Abenteuer gehen muss. Oh Gott. Oh maaaannn. Warte, warte, warte. Nein, 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 was ist? Nein, 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 nein. Komm hierher. Flieger noch, ich brauche dich. Ich habe ihn mit dem Tod gerissen. Hä? Komm, Mu. Mu, Mu, Mu. So, denke ich schon. Oh, der war wie der Maus. Packe Erdbeeren für einen Doppelsprung aus, um Kissen zu verstören und Gegend zu besiegen. Äh, ich habe es geklappt. Oh Gott, so muss ich werden. Ich komme da doch gar nicht hoch. Ach so, 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 okay. Das ist Erbil. Stell dir vor. Also, Erbil, ich bin klug. Tschüss, Erbil. Danke, dass ich hier hochgekommen bin. Dank dir. Oh Gott. Ich mag Erbil. Ich mag Erbil. Ich brauche Erbil. Oh, wir müssen mitkommen. Denk ich schon, wir müssen mitkommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin der Zee kaputtgefahren. Ich hab's. Och Mann. Ich wollte springen. Und ich... Ich darf nicht springen mit denen, ne? Oh, darf ich. Mann. Ich hab noch genug Leben. den Mapunde nicht lieben so da kann China das ist doch so die Entschuldigung! Die Wut sind alles, was ... Der ist das! Der ist das! Der ist das! Er ist das! Der ist das! Der ist das! Der ist das! Feuer. In diesem Flugzeug. Du, 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 jaja. Ne, ich bin, ich bin kein Pinguin. Nut, 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 nut. Wie sagen sie? Das ganze Spiel ist toll. Oh Gott, von der Blut machst du die ganze Stadt kaputt. Oh Gott. Die Statue. Warum? Du, 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 du. Also, wieso? Also, wie im Krieg ist es so ein D stacks? Wie. 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 Das ist ein Zug. Ich bin dazwischen gelandet. Oh Mann. Bin ich? Bin wieder da. Wenn du irgendwas suchst, warum musst du die Moose ermorden? Warum nicht? So, wir sind auf dem Zug. Tschut, tschut. Wo ist er jetzt hin? Kann ich doch nicht hin. Okay, okay, alles richtig. Ist der hier? Oh, ich denke, hier sind wir richtig. Was ist denn? Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ah, ist hier gar nicht, Elef. 3, glaube ich. Ich hab's kaputt gemacht. Gehen wir zur Glocke, die Zweitracht. Als nächstes kommt der Unterhörte, ich schaue. Mission Dendet. Okay, jetzt kommt Doof-Werbung. Also, Werbung wegen, wegen, dass denn... Läuft die Werbung? Jetzt waren wir 30 Sekunden. Auf jeden Fall, ich bedanke mich für den heutigen Stream. Wenn ihr euch gefällt, dann schaue ich gerne morgen wieder vorbei. Na, ich poste die Zeiten dann jeweils auf dem Discord, wenn ich denn mal live bin. Alles, kann man auch so bezeihend Discord machen? Hab ich das? Nee. Wird auch so bezeihend Discord? Nee, mein Dot ist doof. Warte, warte, warte. Hablo, bist du schon live? Dankeschön, mit einem heftigen Stream. Ja, morgen geht's dann weiter. Lieber Morgen. Bis, bis ich das Tor gespielt hab. Jeden Tag. Ich hoffe, dass es klappt. Falls es nicht klappt, warte. Falls ich irgendeinem... Ich kenne Zeit, dann pose ich alles. Hablo, bist du schon live? Will ich das TorGotKlene? Papa ist land. Warte mir. Ok. Danke schön bis zuifique Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Wir müssen nur warten bis es drinnen ist. Tschüss. Weh, 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 weh.